Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei Wetter.net. Dem Sommer 2018 geht einfach nicht die Luft aus. Pünktlich zum Beginn des meteorologischen Herbsts am kommenden Samstag, dem 1. September, da startet der Spätsommer nochmal so richtig durch. Es gibt eine neue, sehr stabile Hochdruckwetterlage mit viel Sonnenschein, mit viel Wärme und vor allen Dingen die ganz große Dürre, die geht erstmal weiter. Ja, die Dürre geht auch heute schon am Dienstag weiter. Es gibt viel Sonnenschein und nur im Norden, da ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber, aber die bringen keinen Regen und es bleibt den ganzen Tag trocken. An den Küsten werden heute 21 bis 22 Grad erreicht, sonst Richtung Landesmitte, da werden es so 24 bis 28 Grad werden und hier im Südwesten, da sind stellenweise sogar bis zu 31 Grad möglich und damit kann dort auch nochmal das Kriterium für einen Hitzetag erfüllt werden. Und es bleibt, wie gesagt, den ganzen Tag trocken. Am Mittwoch wird es auch nochmal sehr warm bis heiß bei Temperaturen zwischen 24 und knapp 30 Grad im Südwesten, später ziehen aber aus Westen dichte Wolken einer Kaltfront auf und die bringen dann die ersten Schauer und Gewitter, teilweise auch mit Starkregen. Wechselhaft geht es dann vorübergehend auch nochmal am Donnerstag und Freitag weiter. Es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken und einzelnen Regenschauern. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 16 bis 24 Grad und am Freitag 18 bis 23 Grad, wobei die höchsten Werte hier im Westen und Südwesten erreicht werden und die tieferen Werte hier Richtung Nord- und Ostseeküste. Ja und dann kommt die nächste stabile Hochdruckwetterlage. Ein Hoch nach dem anderen zieht sich von den Azoren bis nach Deutschland rein und die Tiefs hier mit dem Nordatlantik, die haben keine Chance zu erreichen. Und das heißt in den kommenden Tagen, da bleibt der Landregen in Deutschland weiterhin aus und in ganz Mitteleuropa wird es trocken weitergehen. Das heißt die Dürre 2018, die geht in die nächste Runde. Und das zeigt auch die drei Tagesforschung für das Wochenende. Von Samstag bis Montag wirklich Sonne satt, kaum eine Wolke am Himmel und die Temperaturen, die klettern von Tag zu Tag etwas höher. Am Samstag werden 19 bis 26 Grad erreicht, am Sonntag 22 bis 28 Grad. Und zum Beginn der neuen Arbeitswoche sind sogar 23 bis 29 Grad in Sicht. Einzige Sache ist die Abkühlung der Nacht. Bei 10 bis 15 Grad, da ist es schon so ein klein wenig Herbstlicht. Aber insgesamt erwartet uns ab Samstag bestes Spätsommerwetter und die ganz große Dürre. Sie geht einfach weiter. Wann denn der nächste Landregen kommt, das können wir heute einfach noch nicht sagen. Tschüss, bis bald.